Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, einen wunderschönen Start auch in das Wochenende, beziehungsweise in das spätere Wochenende, aber trotzdem kann man das auf jeden Fall schon mal sagen. Momentan traden wir bei ungefähr 16.400 US-Dollar. Wenig Bewegung an den Märkten, klar, es war gestern Feiertag in den USA, heute auch nur ein halber Handelstag. Und deswegen schauen wir trotzdem einfach mal, was heute für Bitcoin und für die Altcoins auf jeden Fall noch interessant ist. Vielen, vielen Dank nochmal gestern für den Top-Stream, hat wieder riesig Spaß gemacht. Später kommen dann noch XRP und wahrscheinlich Matic als Chart-Analyse nochmal extra als Video. Haben wir ja gesagt, jede Woche einmal XRP und einmal euer Wunschcoin, was am meisten gewünscht wurde. Und bevor ihr jetzt weiter Werbung macht, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und schreibt unten gerne eure Altcoin-Wünsche rein fürs Wochenende oder für nächste Woche, damit wir uns die anschauen. Und damit jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Video. Momentan traden wir bei ungefähr 16.400 US-Dollar. Ja, wir haben wenig Veränderung gesehen, klar, wir haben gestern drüber gesprochen. Wir haben diesen Downtrend erst einmal durchsprochen, konnten den aber jetzt wirklich nicht wiederhalten. Wir haben sehr, sehr wenig Handelsvolumen hier momentan. Man sieht hier unten gar kein Volumen mehr hier im Markt. Die Bearish Divergence hat ein bisschen ausgespielt auf dem 1-Stunden-Chart, aber es ist jetzt auch nicht wirklich nichts Halbes und nichts Ganzes. Klar, RSI hat sich im 1-Stunden-Chart wieder erholt. Trotzdem gehe ich weiterhin davon aus oder bin weiterhin eher in der Richtung, dass wir uns die Liquidität hier oben eben bei den 17.000 bis 17.200 US-Dollar holen. Dort ist auch meine Short platziert, momentan zumindest. Und es macht am meisten Sinn, einfach jetzt noch, beziehungsweise jetzt am Wochenende die Liquidität hier oben zu holen und dann die ganzen Vektoren. Weil natürlich, wir haben weiterhin Vektor-Candles hier unten in diesem Bereich hier bei 15.800 und dann eben hier noch bei 16.100 US-Dollar. Die werden wir uns früher oder später holen. Das muss jedem bewusst sein. Trotzdem traue ich mich mir momentan so um Niemandsland. Wir haben gleiches Upside-Potenzial, gleiches Downside-Potenzial. Also die Chancen sind 50-50. Was wir zuerst machen, das ist nicht, das sind vom Traden hier auf gut Glück 50% nach oben oder 50% nach unten zu traden. Das macht keinen Sinn. Und wir befinden uns gerade eben in so einer Zone, wo nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Wenn wir hier oben sind, ist das Short-Potenzial viel, viel höher, als wenn wir jetzt hier mittendrin im Nirgendwo Short gehen. Oder hier unten eben an der Vektor-Candle. Wenn wir hier unten Long gehen, beziehungsweise hier bei einem tieferen Tief, dann ist natürlich das Long-Potenzial viel, viel größer, als wenn ich jetzt hier oben oder hier mittendrin einfach Long gehe. Einfach nur mal so zur Erklärung. Aber wie gesagt, wenig Chart-Änderung bisher. Auch wenn die Altcoins, man sieht es hier an der Seite, relativ rot sind. Also vieles so 3-4% im Minus, während Bitcoin eigentlich nur ein Prozent nachgegeben hat. Also es ist auch mal so ein bisschen wieder mal Entkopplung, zumindest so minimal. Aber ansonsten, wie gesagt, tut sich hier reichlich wenig. Wir können mal ganz kurz auf den Daily-Chart blicken, ob es hier irgendwas Spannendes gibt. Wichtig, habe ich ja auch schon gesagt, wäre es einfach, dass wir zumindest im Mindestanforderungsprozess, Maßen close über 16.800 US-Dollar kriegen. Heute, damit wir den Abtrend hier ein bisschen in den Takt halten. Für die Woche hingesehen, wäre es aber wichtig, die 17.200 US-Dollar zu halten. Das ist einfach hier unser letztes Hoch, wo wir mehrmals reingewickt sind, aber kein höheres Hoch an sich gebildet haben. Das wäre jetzt auf Tagessicht einfach das bessere Szenario. Und wir haben hier auch noch so einen dynamischen Widerstand, den müssen wir natürlich auch durchbrechen. Und das nicht nur auf Daily-Basis, sondern auch auf Weekly-Basis. Und das ist extrem, extrem wichtig. Man hat es gesehen, wir hatten gestern hier wieder ein Wick drüber, aber kein Close. Und das müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten. Also dieser Daily-Widerstand, behaltet den bitte im Blick. Erst wenn wir da rüberkommen, könnte es ein bisschen bullischer werden. Aber ansonsten, wie gesagt, nach unten hin das Potenzial aufgrund der Vector-Candles ist auf jeden Fall noch da und auch noch bearish. Also momentan, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, nichts Halbes, nichts Ganzes, aber eher weiterhin Short-Seite, wenn wir uns hier oben nochmal diese Liquidität hier oben eben holen sollten. Gut, dann der Blick zu Ethereum. Gleiches Spiel, auch hier ein bisschen nachgegeben. Und ich habe es gestern im Video gesagt, das war wieder so ein Fehler von mir, 1215. Da haben wir hier oben diese Supply und die Ineffizienz angesprochen. Glückwunsch, wer den Short mitgenommen hat gestern aus dem Video. Ich habe ihn nicht mitgenommen, weil ich gestern einfach nur am Arbeiten war. Aber gut, der Kurs kommt immer zweimal dahin. Also wir schauen mal ganz kurz auf dem 1-Stunden-Chart, wie dieses hoch gebildet wurde. Und da sehen wir, es ist ein bisschen was am Volumen reingekommen. Auch die Short-Candle danach, doch ein bisschen ordentlich Volumen drin. Also die Hoffnung, dass hier mein Short noch abgeholt wird bei den ungefähr 1215 US-Dollar oder 1210, ist noch relativ hoch. Und auch das Risk hat sich natürlich dadurch ein bisschen minimiert. Also der Short muss auf jeden Fall über die 1240 US-Dollar liegen. Hier oben haben wir keine Ineffizienzen mehr, nur noch hier vielleicht so eine minimale bei 1240. Deswegen haben wir gesagt, 1240 ein bisschen drüber. Und wir können das Risk ungefähr bei 3% lassen. Aber wie gesagt, diese 1-Stunden-Supply, die möchte ich einfach noch einmal shorten. Ansonsten, wer den Trade mitgenommen hat, Glückwunsch. Und kann sich jetzt nach jetzigem Stand um 3%, Maximum waren es schon 4%, dann noch den Hebel dazu. Kann sich sehr ausrechnen, aber trotzdem schauen wir jetzt erst einmal. Der Downtrend wurde ja gebrochen, möglich, dass wir uns den hier nochmal ganz kurz testen, bevor wir nochmal hochgehen. Aber auch hier, Volumen ist es nicht sonderlich hoch. Sieht man auch hier, wir hatten hier drüben bei dieser Downtrend-Phase deutlich, deutlich mehr Volumen, als wir jetzt hier in diesen Abtrend gebildet haben. Also kein Zeichen von Stärke oder sonstigen. Deswegen für mich weiterhin eher die Frage, dass wir hier hochgehen. Irgendwo in diesem Bereich zwischen 2.215 und 1.235, das ist meine Short Area mit einem höheren Hoch, um die Leute auszuracken. Und dann kommen wir wieder zu dem Satz, den ich gerade bei Bitcoin gesagt habe. Kurzer Wig drüber, aber kein Close drüber. Ist für manche Retail-Investoren, sage ich jetzt einfach mal, bullish, weil wir ein höheres Hoch gebildet haben. Aber wir haben uns einfach nur die Liquidität über diesen Wig geholt. Und damit könnten wir dann, wenn wir keinen 4 Stunden, wir fangen an mit einem 1-Stunden-Close und dann hoch auf einen 4-Stunden-Close, kriegen wir keinen 4-Stunden-Close da drüber, ist die Chance deutlich, deutlich höher, dass wir hier nochmal runterkommen in den Bereich der 1.098 US-Dollar. Dort liegt die andere Vector Candle und erinnert euch an den Satz, den ich vorhin gesagt habe. Der Kurs kommt normalerweise dahin zurück, wo die Woche begonnen hat. Gut, dann, wie gesagt, XRP und Ding kommt später. Dann schauen wir uns noch Chainlink an. Auch hier bin ich deutlich bearischer. Aber hier haben wir wenigstens schon eine Bearish Divergence auf den 1-Stunden-Schaden, auf den größeren Timeframes. Aber auch hier, gleiches Spiel, haben wir gestern schon drüber gesprochen, hätte ich gerne noch dieses höhere Hoch bei knapp 6,96 Dollar. Hat den Aspekt, hier kam doch ein bisschen einiges Volumen rein. Zweit sich überproportional viel. Wir traden hier im Golden Pocket, haben aber hier oben nochmal diese 1-Stunden-Supply und ich bilde mir auch ein, die 4-Stunden-Supply, genau. Die 4-Stunden-Supply, also Widerstandszone. Wäre schon ganz gut, wenn wir uns die eben auch nochmal holen, hier mit einem Wig drüber, Short. Und dann zumindest mal in dem Bereich der 6,12 Dollar, weil hier unten liegt eine Vector-Candle und die könnten wir uns dann auf jeden Fall holen. Hätten hier ein schönes Doppeltop, Trendwende nach unten und dann halt eben Profite so nach und nach nehmen. Wir haben hier erstens Support bei ungefähr 6,50 Dollar. Das wäre dann so der erste Take Profit oder vielleicht zweiter, je nachdem wie viel Risiko ihr gehen wollt. Aber hier die größere Supportzone auf jeden Fall ausnutzen. Und dann eben die zweite Supportzone, die reinkommt, ist dann hier diese Ineffizienz, die wir da noch füllen könnten nach unten, eben bei 6,12 Dollar. Also machen wir mal 6,15 Dollar, einfach um Take Profit 3 zu nehmen. Und dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ansonsten RSI sehr, sehr hoch. Für den letzten Wig würde es meines Erachtens auch reichen und dann schauen wir mal weiter. Gut, dann haben wir gestern drüber gesprochen. Von DYDX, ja, auch wieder eigentlich perfekt, wie wir es gestern im Stream angesprochen haben. Da gehe ich aber mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart, um euch das zu zeichnen, was ich hinaus wollte. Hier in diese Zone, ich bilde mir ein, da war auch eine Vector Candle. Das muss ich jetzt aber ganz kurz mal aktualisieren, bevor ich hier irgendeinen Mist erzähle. Aber ich bilde mir ein, da war eine Vector Candle. So, nochmal aktualisieren. Genau, also nee, wir hatten hier eine Stopping Volume Candle. Ah doch, aber wir hatten hier diese Daily Demand Zone, wo ich angesprochen habe, auf den großen Timeframes. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in die kleineren Timeframes und schauen uns das hier an. Und hier hatten wir eben genau die Vector Candle. Die wurde komplett abgefischt, also gutes Zeichen hier. Da haben wir gestern im Livestream drüber gesprochen. 1,76 wäre der Entry gewesen. Also wer das gestern aus dem Livestream mitgenommen hat, herzlichen Glückwunsch. Ich habe es nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist momentan. Ich vergesse, ich verkack meine eigenen Entrys, die ich hier in den Videos oder in den Livestream sage. Aber das wäre der perfekte Entry gewesen. Auch hier wieder Vector Candle geholt, Support rein. Und jetzt wäre das Ziel, um den Indikator wieder auszumachen, erst einmal hier oben dieser Bereich bei ungefähr, ich sage jetzt mal 1,88 wieder. Und es ist die gleiche Region, die wir die letzten Tage immer wieder getradet haben. Ihr könnt euch noch daran erinnern, hier war das Golden Pocket, diese gesamten Aufwärtsbewegung. 1, 2, 3, 4, vielleicht hier noch das fünfte Mal rein. Und jetzt mittlerweile das sechste Mal in diese Zone rein. Also DYDX versucht hier wirklich krankhaft diesen Support zu halten und gefällt mir auch sehr, sehr gut bisher. Jetzt eben diese Gegenbewegung, erst einmal bis ungefähr, wo haben wir hier, 1,88 wäre zumindest der erste Step. Und dann schauen wir weiter, ob wir uns dieses Tief, weil das wurde mit viel Volumen gebildet, das sehen wir hier unten, doch nochmal abfischen und so einen kleinen doppelten Boden hier bilden, wie wir es hier drüben die ganze Zeit gemacht haben und dann versuchen, die Ineffizienz rauszunehmen. Ineffizienz wäre rausgenommen, wenn wir einen 4-Stunden-Closter drüber kriegen, wäre zumindest die bullischere Variante. Und ansonsten, ja, schauen wir mal, was das Wochenende bringt. Und News noch ganz kurz rüberblicken. Institutionen, Anleger bleiben optimistisch gegen Kryptowährungen. Das ist ein gutes Zeichen. Institutionen sollen nur kaufen, kaufen, kaufen. Alle, die hier schreiben, sollen einfach kaufen, damit das Ding endlich mal wieder hochgeht, Bärenmarkt vorbei ist. Das war ein gutes Schlusswort von mir. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und wir hören uns später wieder, wie gesagt, zum Matic und XRP Ausblick. Das war es von mir. Bis später. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.